So, dann sind wir bei dem, was wir heute sind, dem Rennen. Oh, Mann, das hab ich im Sack. Okay. Und in Einschränkungen, okay. Oh, wei, was ist das für die Straß? Nur so, Mädchen. Okay. Da kommt aber jetzt gar nichts los. Vielleicht schon. Ich glaube, wir bauen halt wieder in der letzten Liste für das Ziel. Da brauchen wir wieder ein Geißer. Das ist eigentlich nur hier ein Feldgeber. Und mehr fast wenn da abkommt. Zwölf. Das Army und das. Wow. Es ist klar, dass der Wagen natürlich ultra schnell Alter hat der aufgeholt. Logisch. Der auf einmal so extrem schnell ist. Ich werde fragen, wenn er jetzt auch gleich mal deutlich schneller ist normal. Oh, ey. Komm, komm, komm. Komm, komm. Oh, da ist die Linie. Oh. Danke. Meinen Glückwunsch zu ihrem Sieg. Hm. So muss das sein. Verflächster Pflege. Verflächster Pflege. Oh. Oh. Mann, wie sieht man hier oben aus? Oh. 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 Das sind jetzt nicht mehr allzu viele Aktivitäten übrig. Oh. Oh. Das ist nicht beim Pferderennen auch cool. Irgendwie. Oh. 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 Das ist ein bisschen runter springende Höhe. Jakob Pride. Ich bin draußen. Was ist los? Ah. Okay. Komm komm. Das ist das hier ganz billig. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein. Oh ja. Das ist gut. Okay, also das ist so ein Schreihalten für mich, ja. Kann ich den hier ganz schnell bebreiten? Vielen Dank, Missy! Ich beschütze dich! Ich bin auf dem Weg! Wunderbar, ne? Oh, oh, oh! Hm? Wunderbar, ne, wo ich? Okay. Oh! Oh! Oh, oh! 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 Ah! Oh! Oh! So. Krass, rein. Und, vielleicht probieren wir dann auch noch. Und bei dem da haben wir gerade Niki hinterher. Seht ihr das weiter? Geh früher! Boah, reichte Wippen! Das hat unser Zug vorbeigefahren. Nice. Gibt es da noch andere Zugänge in das Haus rein, oder ist es nur dieser eine? Oh, das war jetzt nicht so möglich. Okay. So, ich glaube wir müssen aber einfach direkt runter. Ist der wo? Naja, der guckt noch. Ja. 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 Kann man das werfen? Okay, guck. Hier Thanos, wir schmeißen da die Kisten. Hallo. Und dann, wenn die alle gerade günstig stehen, müssen wir mit dem Rowover drauf. Du gehörst hier nicht hin! So. Sonst noch irgendwer? Was müssen wir mit dem? Komm her. Komm her, hab ich gesagt. Sack! Die Gefangenen, äh, schluss, die bringen sich auch in den neuen Text. So. Und jetzt bloß? Vierundzwanzig Raben in einer Pastete. Was habt ihr aus? Zeigt mal, was ihr gelernt habt! Oh! 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 Reif dir die Knau! Die Schnau! Oh! Oh! Ja. Sie kriegt euch, wenn ihr sie nicht schließt! In der Kammergrühren. Schreib sie weiter! Schreibe ihn mir vor vor. Komm doch, wenn du nicht rauskommst! Ich will nicht waschen mit dir! Ich geh mit dir aus wie ein Fisch! Verdammt mich schon auf ein bisschen Spaß! Halt mich da! Boah! Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Wenn ich mit dir fertig bin! Hier schneide ich die Zunge raus! Sie wird nachflaschen! Boah ey! Boah! Das musste jetzt ja sein unbedingt, na? Was kriege ich mit dir, weißt du? Jakob ist ja nur ne andere Sache! Aber ihr! Schrippt halt sofort weg, ne? Das ist ein... Oh, Mann! Oh Mann! Du bist tot! Ich... Was? Ich spreche dir den Tod! Hä? Wieso kann der denn da... ...attackieren? Bitteschön. Das gibt's nicht. Der kann attackieren und ich kann nix machen. Ah, Mann ey. Ja, jetzt ist er wieder. 24 Raben in einer Passete. 24 Raben. Freie Sicht! Ja! Ja! Oh! Ah! Die Unterkunft! Ah! 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 Ich kann dir die Rübe wegpusten. Ich will dich töten und an die Schweine verkündern. Hier entkommt ich. So. So. So, ok. So, ok. Was ist das? So. Ich rufe nach Verstärkung! Du musst nach Verstärkung rufen? So. Jetzt aber. So. So. Jetzt bin ich ein bisschen besser im Zügel. Hier ist es. Noch eins hoch. Ja. Ja. Oh! So. So. Hier. Ach, da. Wo sind die denn alle jetzt? Leopold. Ach. Hm, Leo. Zwei Truden sind da oben noch. Die letzten zwei. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal.